Kottbusser Tor ist die Bezeichnung für eine platzartige Straßenkreuzung und einen U-Bahnhof im Berliner Ortsteil Kreuzberg. Der Platz und der U-Bahnhof werden im Berliner Volksmund auch Kotti genannt. Das Gebiet um das Kottbusser Tor mit dem benachbarten Wassertorplatz ist, wie der gesamte Kiez, ein sozialer Brennpunkt. Vom Berliner Senat wurde das Quartier rund um das Kottbusser Tor als eines von 17 Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf ausgewiesen. Das Gebiet um das Kottbusser Tor ist zudem der Ort mit dem höchsten Ausländeranteil Berlins. Dieser liegt bei 55 Prozent, im Jahr 2000, der Anteil von Bewohnerinnen und Bewohnern nicht deutscher Herkunft wird auf 80 Prozent geschätzt. Außerdem hat sich seit Jahren eine der größten Berliner Drogenszenen auf dem Platz festgesetzt.